Mein Gott, da ist, warte, ich kann dir das erklären. ich sehe schwarz und lila an rand und ich liege auf einer wiese mitten von felsen umgeben ich hab sie jetzt darf der so einer kill ich weiß genau woran der wöller gestorben ist er war besoffen glückwunsch jungs seht ihr nur bei mir und wieder mal musstest du immer Dynamo so was passiert eigentlich wenn ich das jetzt mache und erstes mal Dynamo hat die Challenge gewonnen du bist gestorben waren zwischendurch mal wollte ich so von jachs bin ich bin weg ist ach echt ja und ich hab wieder mal nichts davon mitbekommen weil ich sinnlos auf dem fußboden rumlag manu das ist unerhört ach ja bei mir ist alles kaputt ich liege da immer noch eine Brutmutter Trophäe da pinkelt mich da gerade einer an das hat mir nicht mal die Hälfte meines Lebens gekostet jawoll boah alter geh doch kacken was ist denn los mit dir geißerisch jawoll ja ui ja ohne Scheiß den Kompoutbogen ich will den Kompoutbogen mit Beaken also das war also das Ding das was wir jetzt gerade gemacht haben mit Raketenwerfern beladen das Ding was wir jetzt gerade gemacht haben das war äh das grenzte an Serious Sam hey das müssen wir immer noch fertig spielen ohja verdammt hallo Mr. Admin hey Kinder kommt alle mal hin kommt alle mal her was geht nicht ich bin gerade auf einem Klinz mein Sattel wieder ja Kinder es kommt zum Krebskranken das war dein Sattel gewesen Kinder kommt zum Krebskranken ich hätte jetzt so ein kleines Abschlussbild ja äh wir sind noch nicht fertig ne aber so ein kleines Bild äh wir haben sie erledigt mit 35 mal Listen äh wo ist der Rest also ich bin noch unterwegs ja weil bist du nur gerade zu 5 wem bring ich jetzt runter irgendwie so ungeil ich müsste gerade mal irgendwie hier durchkommen äh hat der Galli eigentlich überlebt ja hab ich seit halben Stunden bestimmt nicht mal gesehen ja er hat überlebt wenn ich dir eine umdrehen könnte mit dem Schild sag mal wer gerichtet da als am Boden rum ja das ist doch bestimmt eine Nero so ich finde keinen Galli also ich finde hier aber weißt du was mich jetzt mal interessiert was hat denn dieses Vieh jetzt für einen Sinn gehabt der äh hier äh den wir gezählt haben keine Ahnung es nervt es nervt es nervt ihr habt euren allerersten Erfolg im Steam überhaupt erstmal bekommen für ARK echt? weil mir auch nichts angezeigt ich hatte den schon ich hab auch nichts bekommen glaub ich wo ich das selber verzieht schon ja das siehst du eventuell erst wenn du das Spiel beendet hast ok gut wieso ist der Noxy gestorben ich habe den ab mit abgeschossen strafe wir haben jetzt gerade mal vier minuten von dem port wir kommen jetzt zur siegerehrung aber ihr wolltet ja noch bilder machen ja ich bin ich bin fertig ich komme gleich hallo ich komme gleich ich ich sammle mich nur dass wir wenigstens mal ein kleiden zum zum nach sie du kannst direkt abbleiben was tschuldigung für die apropos liebe leute für das ganze rumgerottet die ganze zeit ich komme ich komme zum ausschlauben und habe ihre rotz muss ich sagen kommt aus dem osten da spricht man so bitte alle auf den quetzel aufsteigen du bist nicht okay du bist nicht nützlich ach komm ich bin hesse und versteht eh keiner was hast du gesagt alle auf der quetzel alle auf der quetzel wenn der scheiß quetzel mich mal lassen würde und ich sehe nichts mehr was zum rumzum kann dir mal aufhören zu schießen es sind doch alle tot hey da leben noch zwei äh du hast mich verloren du hast dein herz verloren so ist das jetzt ein etwas weiterer flug oder ist das geld da weil da könntest du mal ein paar eckdaten verraten vielleicht für die leute wir sind da schon wieder geiserig jetzt bleibst du ohne ich nehm den schnellen weg genau nimm den schnellen weg kannst du vielleicht ein paar eckdaten ausspucken wie lange hast du gebraucht und so'n scheiß ja erzähl doch mal was eckdaten also mittlerweile an arbeitsstunden stecken etwa und da ist der nächste weg also könnt ihr nicht einfach mal stehen bleiben lass mich doch mal bitte lass mich doch mal bitte ausreden also insgesamt an arbeitsstunden stecken etwa 400 in der ganzen prozedur what the fuck wo hast du denn die aufgetrieben etwa 400 stunden haben wir da dran gebaut ach shit jetzt hättest du das mal von oben nochmal zeigen können das hab ich jetzt total verpeilt das kommt ganz zum schluss ach so ihr werdet es nicht glauben ich hab überlebt was ok ich bin genau ins wasser gefallen noch irgendwelche coolen eckdaten nö ähm oh alter ja wir dürften mittlerweile bei etwa 13.000 metallwänden sein die wir haben das ist doch jetzt jetzt kommt der mit giftglas an 13.000 etwa 13.000 13.000 14.000 schieb mir bären in den arsch und lass mich tango tanzen huch die peinliche Atmen hat sich verflogen da drüben müssen ja ansonsten Architekt des großartigen Labyrinths ist der Yannick das entstammt seinem Hirn und ich behaupte mal dass seine synapsen im kopf sehen genauso aus nein ich hab dir vorhin schon gesagt die sind ordentlicher so alle mal absteigen die zwei die rüber geblieben sind bitte einfach mal da bleiben vor dem Stargate so dann hole ich erstmal noch die anderen beiden her ich fühle mich so so onkel und satschen kann man hier ok boah alter meine frame werde ich glaube ich gab mit acht frames hier durch Geiserich Olli Noxie ja falls ihr noch Fragen habt zu dem ganzen Gebilde oder so dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und ja was zum warum hä wie komm ich dir jetzt hier hin wie könnte das wohl wie könnte das wohl passiert sein Noxie hm könntest du bitte jetzt endlich diese diese dämlichen Granaten wegzaubern von den ganzen Gebäuden was dämlich so was steht denn hier Haus auf der Geblut wähleweise wird bedacht wenn die Entscheidung wird nie mehr gib weg den scheiß Giftgab alter naja ich gebe auf meinen Platz so wähleweise wird bedacht denn die Entscheidung wird gebracht äh nie mehr rückgängig gemacht alle klar so äh ich nochmal porten ja warum na weil ich ohnmächtig am Tresor laden deswegen nicht bist du eigentlich in Janne Mimus Dankeschön Bitteschön Haus auf Epik ich bin ja eigentlich überall tote Parasaurose rum Onkel ja ich hab ein Freund guck mal das war nicht bitte mal mit den Gasgranaten aufhören das verzögert doch alles nur unnötig ich hab keine mehr also ich hab zwar schon welche ähm das Ding ist äh das ist jetzt hier das Haus auf Epik Loot aber äh 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 ihr seid ja krass ey bis alle wieder da sind boah ich verhau da weiter den Para her Aua wieso bist du denn so unleidlich? was ist denn los mit dem mit an der Hacke? ich? war dein Bier schlecht was steht der Umfeld Quatsch ob ihr wirklich richtig steht seht ihr wenn das nicht dann geht ja genau ähm ja willkommen beim äh 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 heute Abschluss Zeremonie jetzt wird alles nur noch ganz entspannt ihr seht vor euch drei Tore ja ja entspannt glaubt ihr nicht hinter jedem steht ein Giganoto so äh jeder entscheidet sich äh für eins und äh ja geht da einfach rein alles klar jeder eins dir fragt nicht ja also du kannst nur in einem gleichzeitig stehen gut deine anderen Persönlichkeiten können auch noch mitmachen so 1 2 oder 3 Leute ähm ich bin schon drin hi ähm jetzt muss jetzt muss der Giftgas Ding drüber werfen toll ok ja ja sag mal ja nicht so ihr seid alle drin wunderbar Achtung warte mal um das ach genau jetzt jetzt brauchen wir erstmal hier stimmungsvolles Licht dein Ernst h die da mehr n g ja guck wenn sagt er halt wenn ihr alle wieder wach seid ja ich bin da, sonst gut ja da hab ich keiner eingebaut oder? ne keiner eingebaut keiner eingebaut ihr seid ein paar Künstler wir haben uns schon mal die Luft geworfen die wir haben doch nicht wir haben doch keine Raketen der Atmen war weg so jetzt ist er mit der Dach so äh ja auf gehts, auf gehts oben, aufgleich, äh, seid ihr nicht irritiert ich mach nebenbei noch was anderes äh, ob ihr wirklich richtig stehen die Idee, wenn das? wenn das Licht angeht äh, äh, ist ganz toll boah, ist das jetzt ein scheiß ernst oder was? bei mir gingen gerade alle Lichter aus heißt das ich stehe falsch? ja, alter was soll denn der scheiß? easy, easy ich will meinen scheiß Zettel haben ähm, ich versteh das gerade nicht so, ganz das musst du auch nicht bei mir sind Lichter aus warum sterben die denn alle? wir sterben nicht hey Olli, wir sind richtig äh, ey irgendein Vollpfosten hat so ein Ding gezündet beziehungsweise gegen den Zaun geschmissen nein, ich glaub das war das Licht euch ist klar, dass ich grad wieder warte ach so, es ist alle wieder stehen ich dachte das war jetzt grad hier ich dachte das war jetzt, das gehört mir zu der Aktion ich glaube die Tür öffnete sich und da kam Giftgas raus man hätte vorher mal lüften sollen ich kann uns nicht einmal ganz kurz mit Steve Berries fütteln wer denn? das ist keiner da hier Onkel, wenn du auf mich aufspringst hier Lika ganz allein ist hier Onkel, wenn du auf mich aufspringst kannst du vielleicht sogar über den Zaun springen alter jetzt wird Onkel noch zum Hürdenläufer ich hab gar keine Studie ich hab gar keine Studie mit Weitwurf oh genau, ich hab ne Idee für nachkommende Events mach ne A-Klumpiade mit Staffellauf Code Weitwurf kann man einen Code werfen? ja klar oh jetzt will ich furzen bitte was Deutschbewerder sehr schön warte hier liegt noch einer Yannick ist auch recht da Jojo ich hab erstmal 2 die Gasgranaten abgenommen ich hab zum Schluss nicht mal mehr geworfen ich auch nicht ich hab auch keine geworfen ich hab gar keine mehr noch mal abgesehen meine liegen da hinten in der Ecke so ich glaub wir stehen falsch ja hast du vorhin schon mal erwähnt ja ihr habt den Zaug erwischt jetzt ernsthaft äh ja wie kann ich ja doch mein Giftgranaten wieder nehmen Gutschein für ein Premium Nahkampf Set boah das ist doch echt nicht wir haben echt einen Song ey also so würd ich jetzt auch nicht machen wir haben insgesamt 2 Gutscheine weil es sind 4 drin pro Person nur einen oh also wie langweilig auf Locks ich mach Räuberleiter was ist wenn ich das Schild in der weckreiß Gutscheine werden bei dem Admin eingetauscht okay könnt ihr auch mal vorlesen was da drauf steht du kannst doch vorlesen wenn du schon davor stehst ja duck dich doch mal Gutschein für ein Premium Nahkampf Set mit Rüstung und Nahkampf Waffe nach Wahl wer oder wer oder wer oder wer oder wer warte warte was ist drüben drin was ist rechts drin in dem also ich hab hier Gutschein für ein Premium Fernkampf Set mit Schuss Waffe nach Wahl und geht aber ein Schuss Ausnahme und die da hinten glaube ich nur mit 50 Schuss oder sowas das steht noch da achso ja mit 50 Schuss ok ja wo ist die so was was ich brauche gleich leider hin lass mich raus ich will mein Dodo zack 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 alles klar Leute dann kommen wir Nero kommst du zu mir ja sobald bei Pimpops wir können schon mal raus gehen ja hallo geh an den Schrank hol dir was raus geh an den Schrank ok mach schnell ehregenau würdschuut sagen uuuuuuuu in welchen schrank denn ich nur der nerdo war gewalt so vier stunden tortur bereit ja klar vier stunden waren das echt vier stunden gefühlt glückwunsch leute hauptsache es ist nicht hell und es brennt mit dem zeug auf uns ja dann schießt mir die augen ja leute heute teilnahme ich weiß es ist immer wieder ein bisschen anstrengend manchmal auch langweilig manchmal auch so schwer oder so einfach können wir können dass ihr mitgemacht auf jeden fall war ganz lustig muss ich sagen kann man vielleicht noch mal einen rundflug drüber machen dass man mal sieht dass das jahr ausnahme ausmaße hat mach mal gleich wenn wir keine munition mehr haben und ja wenn ihr natürlich noch fragen habt über irgendwas dann schreibt in die kommentare ihr kriegt natürlich die antwort darauf so schnell wie möglich ich leite das dann dann gerne weiter falls es irgendwelche spezifischen fragen da zu dem ganzen sinn hier und ja genau wofür lustig mit diesen wundervollen ich bin leer so jetzt fliegen wir noch mal weißt du früher früher hat jeder noch eine eigene hä wo ist denn jetzt hier das dargeld hin da stand doch gerade noch das dargeld das ist ein onkel da stand als dargeld oh klar stand doch ein stargeld boah weiß ja die ganze welt brennt hier ja das ist weg das habe ich weg gemacht und der ollie ist schon weg die anlage da du bist du über du darfst er sehen das ist ein bisschen zu lange aber ich habe die errungenschaft bekommen ja vielleicht doch mal zum abschluss welchen kanal wie heißt dein kanal youtube kanal meine freundin hat instagram wegen ihrem cosplay aber ich habe nichts du bist wieder allein das luft taxi steht bereit ja ich habe keine ahnung ich sehe nur rauch das ist ja ich bin wohl da ab wo's gedacht ist ja ich bedanke mich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht bei uns morgens bis dann bis dann tschüss 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 so ich bin oben wenn ich Glück habe bin ich gleich auf der Leiter ach so ich könnte natürlich auf die da ist ein Fall schlimm ich kann dir eins bauen da ich das schon mal gesehen habe äh das ist doch verabschieden aber da kommt ich das leider oh Gott so genau als Abschluss für diesen Part seht ihr nochmal einen kleinen Überflug ich bin runtergefallen jetzt warte 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 meine Abschlussworte sind Jan dein Ernst House of Epic Clued und ich habe zweimal den Scheiß Song bekommen warte ich hab ne Ideen selbst so schon ja erst noch mal ein Stück vor so ein kleines Stück vor weil dann sprich ich hier von rüber gute Nacht und sie raus und ja mach so ja warte drauf Onkel machst auch so oder Leiter oder wie auch immer bin nicht Leiterlegers weniger geht das klar genau kann es für mich mal bei dich spawnen äh ja gleich doch ist keiner runter es sind alle noch da ist das geil ja ich kann dich spornen es kann nur sein dass du die fliegst ich weiß nicht wie das mit der plattform ist aber ich versuchte ich fliege mal vorsichtig los das ist vorsichtig also ja das ist es so weit geflogen wenn du nach rechts guckst und vom quetzel aus gesehen rechts ganz da hinten die insel da war das finale also da hinten ist es normal ich gehe mal hier vorne kannst du das ding wird auch als größer ja wird okay kannst du dich mal ein bisschen nach rechts drehen bitte oder mal ein Stück höher hier ist das Labyrinth oh ja genau das Labyrinth von oben oh Gott mein Sinn ihr könnt jetzt auch eure Sichtweite wieder hochdrehen wir haben nicht mehr so viele die muss auch werden da hat man auch toll überlebt sich gerade nein hat er nicht das denkst du warte mal mehr haben du überlebt oh Alter ich sehe gerade nur Metall also Blinden oh ja liebe Freunde jetzt habt ihr das ganze mal das ganze den ganzen Ausmaß wie man sich sehen ich kann es mal von von ganz weit oben sagen oh ja ja guck mal am besten so ein bisschen von der Seite guck einfach durch den Boden ich hoffe es ist alles zu nein ist es nicht ja so ist doch passt sehr gut ja jetzt müsst ihr echt die Sichtweite hochdrehen und seht ihr da nicht alles Madame so ach ich hab doch die ganze Zeit hoch Sichtweite ja wundervoll und mit diesem schönen abschließenden Bild würde ich sagen verabschieden wir uns von dem kleinen Special genau und vielen Dank fürs Zuschauen und auf Nervos Kanal auf Nervos Kanal kommt glaube ich so die kleine Special Folge oder Special Special Folgen weil du hast ja Special Admin hast ja aus Admin Perspektive von oben aufgenommen und genau ja gut dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns dann bei der nächsten Session wieder bis dahin ciao tschüss tschau 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 tschau